Hallo Fotofreunde, willkommen auf meinem Kanal. Ich hatte die Gelegenheit im Kloster Mahlgarten an einem Fotoworkshop von Michael Zigan und Oliver Dutes teilzunehmen. Habe dabei die wunderbare Anlage schätzen gelernt. Sehr romantisch, sehr schön, sehr eindrucksvoll. In diesem Video zeige ich euch Eindrücke von der Anlage. In folgenden Videos werde ich euch zeigen, was wir dort gemacht haben, Porträtshooting und weiteres. Wenn es euch gefällt, über ein Like würde ich mich freuen. Euer Uli Musik 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 Amen. 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 Amen.